Die sind dann ja rein. Umbali! Sehr hochqualitätiv. Ah, nein! Warte, der schützt schon. Umbali! Nur ein Mikro, weil da gibt es einen Eintracht. Plus IoT. Die konnten Spielbahnirchen. Umbali! Umbali! Wenn der einmal los springt, dann ist Feierabend. Ihr dürft zusammen, das haben wir hier. Der haut da auch durch, so wie der aussieht. Der war sehr schön. Der war sehr schön. Da waren wir mit dem großen Schild. Perspektive gehalten schon. Ja, aber vor allen Dingen, der kommt. Der ist, glaube ich, eigentlich der von Herrn Sascha. Die Proportionen stimmen, dann machen wir drei Kilo. Ja, der meinte, ich bin 95. Ich habe jetzt einen Kilo schon ein Problem. Das ist jetzt noch nicht ein Problem? Nee. Dann nehmen wir zusammen. Nein, siehst du? Ja, das ist wieder eine großartige Gut fighten. Ja.